Hallo Nubi-Yogis, wie versprochen, hier eine kurze Meditation für mehr innere Ruhe und Entspannung. Zwei Qualitäten, die wir im Moment wahrscheinlich alle vermehrt gebrauchen können. Ja, und dann setz dich einmal auf ein Meditationskissen oder eine gefaltete Decke, vielleicht ein Yoga-Kluss. Du könntest auch auf einem Stuhl sitzen, wenn es viel bequemer ist, die Füße vielleicht wenig erhöht, vor dir aufgestellt. Finde eine gute Position, dass du jetzt hier gut zur Ruhe und zur absoluten Entspannung finden kannst. Und dann lass uns loslegen. Finde also einen aufrechten Sitz, Länge in der Wirbelsäule. Und dann lass den Blick hier ganz sanft werden. Lass deinen Atem fließen und dann erlaube es deinem Becken hier, ganz schwer, dich im Boden zu sinken. Verwurzel dich über deine Sitzbeinecker und die Sitzknochen tief in die Unterlage. Und dann spüle dich ganz aufgerichtet in der Wirbelsäule. Dein Scheitel zieht am goldenen Faden Richtung Zimmerdecke. Lass deine Schultern ganz in Spannungsrichtung unter den Rücken sinken. Und dann spüle dich hier aufrichtet und weiter in deinen Schlüsselbeinen. Deine Knie dürfen ganz entspannt und widerstandslos Richtung Boden fließen. Und dann spüle dich hier weit aufgerichtet. Deine linkste Ausatmung schließt sanft die Augen. Komm einmal an in deinen Meditationssitz. Spür die Wirbelsäule lang wie eine Perlenkette aufgereiht. Zieh deinen Kinn ein klein wenig näher Richtung Brust. Spür die Länge im Nacken und eine sanfte Dehnung im Hinterkopf. Vielleicht möchtest du noch einmal die Handgelenke wenig drehen. Ganz sanfte, kleine Kreise oder die Finger weit dazu spreizen. Und tu alles ganz intuitiv hier, was dir hilft, noch ein wenig Spannung loszulassen. Und dann leg deine Hände ganz bequem auf den Knien ab und die Handflächen entweder nach unten oder nach oben gedreht. Du könntest auch die Hände gefaltet in den Schoß legen. Finde für dich hier eine gute Position. Und dann spür hier deine Aufrichtung, deine Präsenz. Bring die Aufmerksamkeit jetzt zu deinem Atem. Und beobachte, wie die kalte Atemmüft in Naseneingängen einströmt. Und mit der Ausatmung angewärmt, wieder ausstellt. Lass deinen Atem hier in seiner ganzen Natürlichkeit kommen und gehen und durch dich durchfließen. Lass deine Gesichtszüge ganz weich werden. Die Stirn und die Wangen falten frei. Entspann dein drittes Auge. Lass auch deine Kiefergelenke hier weich werden. Lass auch deine Kiefergelenke hier weich werden. Das Gaumendach ganz entspannt. Lass deine Bauchdecke hier weich im Rhythmus deines Atems schwingen. Und dann bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Stell dir vor, wie du mit jeder Einatmung innere Ruhe und Frieden etablierst. Und mit jeder Aushatmung, Anspannung und Unruhe, Sorgen gehen lässt. Einatmen, innere Ruhe, ausatmen. Was ist los, was du nicht brauchst. Lass mit deiner unruhigen, natürlichen Atem hier ein tiefes Gefühl von Frieden, von innerer Ruhe entstehen. Stell dir vor, wie du mit jeder Ausatmung alles, was dich im Moment blockiert, sowohl im Geiste, als auch im Körper, jetzt hier loslässt. Spüle, wie Stille in den Körper einkehrt und Ruhe in deine Gedanken. Einatmen. Vielen Dank. 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 Dann schick deinen nächsten Atemzug, die Atemluft, das sind deine Fingerspitzen, durch die Handflächen hindurch. Wenn du möchtest, nimmst du die Brust und verbinde dich hier nochmal mit dem Gefühl der Weite und der Stille, das du kreiert hast. Und dann behalte dir das Gefühl und dann behalte dir das Gefühl und komm langsam zum Ende dieser Meditation. Wenn du das Gefühl, wenn du das Gefühl hast, dann öffne deine Augen. Und dann lass dir das Gefühl, dass du dir das Gefühl hast. Du konntest, du konntest, du konntest hoffentlich ein bisschen innere Ruhe schöpfen und mitnehmen. Dann freue ich mich aufs nächste Mal und darauf werden wir uns ganz bald hoffentlich persönlich wieder treffen bis daheim. Alles für dich für dich. Namaste. Und dann lass uns ganz bald. Und dann lass uns ganz bald. Und dann lass uns ganz bald. Ganz bald.